Hi, ein weiteres Jubiläum gibt es zu verkünden. Im Oktober 2020 habe ich meine Laufbahn als Sänger nach 40 Jahren beendet, also nie wieder Live-Auftritte, und habe dann eine neue Laufbahn eingeschlagen als Host von Podcast, Rockcast und verschiedenen Interviews. Und wer hätte gedacht, vor drei Jahren, dass ich drei Jahre später 900 Sendungen gemacht habe? Metal is Forever, Metal is Rockcast, oder meine ganzen Interviews, die ganzen Projekte, die ganzen Formate, die ich gemacht habe, fast 900, hunderte von Bands, tausende von Musikern, die bei mir in den Sendungen waren. Und es wäre nicht möglich gewesen, ohne euch, diejenigen, die mich seit Anfang an mitverfolgen und begleiten und mir die Treue halten. Ganz speziell, der Metal is Forever Rockcast Show United Fanglub. Die halten die ganzen Sendungen am Laufen. Und danke euch von Herzen, dass ihr meiner Seite seid, dass ihr mir eine neue Passion eingehaucht habt. Denn ohne Publikum ist auch der beste Host nichts. Und ich habe wieder reingegroovt. Und ich kann dir eins sagen, je länger ich es mache, umso mehr Herzmut habe ich dabei. Umso mehr macht es mir Spaß. Und ich hoffe noch auf viele, viele weitere Jahre. Und ja, bleibt an meiner Seite. Danke euch natürlich für den Support. Und ja, ich hoffe, ich sehe euch in meinen ganzen Sendungen und kann euch weiterhin unterhalten. Ich danke euch. Drei Jahre. Yes. Rock'n'Roll, Freunde. Ciao. Rock'n'Roll. 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 Rock'n'Roll.